Hallo, hier ist wieder Butter. Heute wieder mit einem Addierer, aber mit weniger Addierer und dafür mehr Anzeige. Hier haben wir die Anzeige. Und der Addierer ist eigentlich noch gar nicht vorhanden. Die Anzeige zeigt momentan eine Null. Hier sieht man, das ist so eine Anzeige wie auf einem Bäcker. Nur dass sie nur zweistellig ist. Und der kann man sogar sagen, was sie anzeigen soll. Dafür gehe ich mal hinten. An den Input. So. Was wollen wir denn anzeigen lassen? Ähm, eine Zehn. Das wäre das hier. Das ist eine Zehn im Binärsystem von rechts nach links gelesen. Also eins, null, eins, null. Acht plus zwei, logischerweise, ist die Zehn. Und jetzt zeigt das Ding hier auch eine Zehn an, wenn man es erkennen kann. Hier ist eine Eins. Der Strich hier nach unten. Und eine Null. Äh, nehme ich nochmal ein paar zufällige Zahlen. Wie wäre es mit... Mh, neun. Ähm. Das hier wäre neun. Eins, null, null, eins. Das linke... Ähm, die linke Stelle ist jetzt ausgeschaltet und die rechte zeigt neun an. Hier ist schon neun. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben da hinten ja den Eingang. Ich hab mir ja grad schon gesehen, wo man die Fackeln platzieren kann oder Hebel hinmachen kann. Ähm, später kommt da der Ausgang von Marmadierer hin. Das Grüne, was man hier sieht, ist ein Dekodierer. Ähm, man... Man packt da ne 4-Bit-Zahl rein. Ah, Moment. Man packt da ne 4-Bit-Zahl rein. Von wegen 1,0... Von mir aus 1,0,1. Das wäre dann die neun. Und das hier sind ganz, 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 ganz viele Endgates. Ähm. Und je nachdem, was für ne 4-Bit-Zahl man reingepackt hat, kommt dann hier der entsprechende Ausgang. Das wäre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und die neun sieht man jetzt grad an. Das kommt dann hier runter und schaltet hier ein paar Fackeln an. Äh, an. Genau. Es schaltet ein paar Fackeln an. Ähm. Die Fackeln geben dann Strom hier oben auf diese Blöcke. Hier ist Redstone drauf. Und jede von diesen Leitungen geht an ein Segment an der Anzeigetafel. Also momentan sind... Hm, ich zeig's mal bei der 1. Da sind nur 2 Segmente an. So, das wäre die 1. Hier sieht man jetzt, es sind nur... Es sind, ähm, nur die beiden Segmente an. Also die 4 Fackeln. Und... Das Ganze spielt sich... Warum muss hier so viel laufen? Hier ab. Nein. Hier. Genau. Die 2 Fackeln sind an. Das heißt, die 2 Leitungen hier oben sind an. Und die geben Strom einmal auf diese Fackeln da. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also an diese Fackeln. Und das Signal geht nach oben an diese Fackeln. Und je nachdem, welche Leitung hier unten an ist, werden dann verschiedene Segmente angemacht. Beispiel bei der 2 ist es die hier von hier aus links oben, ähm, die 3 Horizontalen und das rechts unten. Also, na, man kann das nicht richtig zeigen, das hier. Und das gibt's dann am Ende mit 2. Der Dekodierer ist auch nicht allzu kompliziert. Jetzt machen wir hier wieder Licht an. Ähm... Von da hinten kommt ein Signal. Das geht hier durch alle Endgates. Und nur bei einem Endgate ist die Bedingung erfüllt. Ich mach das mal da hinten in klein nach. Das erkennt man dann besser. Ich mach das mit einer 2-Bit-Zahl. Also hier sind meine 2 Bits. Ähm... Wenn ich jetzt rausfinden will, ob die Zahl, die man hier reinpackt, eine 3 ist. Da muss ich ja wissen, das ist an und das ist an. Nur dann ist es eine 3. Könnte ich jetzt ein Endgate hin machen. So. Ähm... Und das hier ist jetzt nur an, wenn diese Binärzahl eine 3 ergibt. Beinahe... Beinahe... Beinahe 1 geht's nicht. Beinahe 2 geht's nicht. Und beinahe 0 auch nicht. Und dann könnte ich auf die Seite machen. Ein Endgate... Ähm... Entschuldigung. Ein Endgate, das nur an ist. Soll ich eigentlich aufhören zu sprechen. Ähm... Ein Endgate, das nur an ist, wenn das hier aus ist und das da an. Das wäre dann eine 1. Weil das hier invertiert wird. Also... Das hier ist erfüllt... Das hier... Ah... Also... Das Endgate geht nur an, wenn die beiden Fackeln aus sind. Und die Fackel ist nur aus, wenn das hier auch aus ist. So... Und die geht nur aus, wenn das hier an ist. Also das End nur erfüllt, wenn das eine an und das andere aus ist. Und das wäre eine binäre 1. Ähm... Und dann habe ich mir überlegt, wie man das Ganze kleiner machen kann. So dass man das mit, in dem Fall, 16 Zahlen machen kann. Einmal, ja, von 0 bis 15. Und dann hatte ich die Idee. Also nochmal hier die 2 Bits. So. Das hier wäre jetzt eine 3. Hatten wir eben schon. Ähm... Hier ein Endgate. Das ist die 3. Jetzt können wir aber hier nicht noch eins anschließen. Und deswegen habe ich das Endgate dann ein bisschen umgebaut. Und habe... Diese Fackel und diese Leitung... Oben drauf gebaut. Und... Ja, die Fackel an die Seite gepackt. Und hier dann eine ganz einfache Redstone-Leitung runter gemacht. So. Ähm... Wenn die beiden an sind, dann gehen die beiden aus. Da oben die Leitung ist aus. Die Fackel geht an. Ganz normales Endgate. Ähm... Und das hier ist nur an, wenn die Binärzeichen 3 ergibt. Ansonsten nicht. So. Ähm... Jetzt will ich noch dazu überprüfen, ähm... Ob es eine 2 ist. Das wäre von links nach rechts 1, 0. So. Das hier geht jetzt natürlich automatisch aus. Jetzt müssen wir nur für das nächste Endgate die Bedingungen erfüllen. Also müssen wir die Seite invertieren. Damit sie an ist. Und die Seite... Müssen wir für eine Weite erfüllen. Und jetzt kann man hier wieder ein... Endgate hin machen. So wie das rechts neben dran. Und das ist nur an, wenn die Binärzahl eine 2 ist. Ich ersetze die mal durch Hebel. Also... Bei einer 3 ist das hier erfüllt. Und die hier geht an. Das ist nicht erfüllt, weil... Das hier invertiert wird. Und das ist dann 0. Und das passt nicht mehr. So. Wenn ich jetzt das rechte ausschalte... Dann ist es hier aus. Hier wird aber invertiert und es geht an. Und die 2 ist erfüllt. Wenn ich das Ganze jetzt mit der 1 machen will... Dann främle ich mir hier einfach wieder das Signal zurecht. Das hier ist aus. Das hier ist auch aus. Das hier muss aber... Ja, die müssen beide an sein. Das heißt, ich invertiere beide. Mach dann... Eine Leitung hier hin. Und wieder ein Endgate. So. Das hier ist jetzt an. Wenn hier drüben der Input 1 ist. Und dann fehlt hier noch 0. Muss ich mir das Ergebnis hier wieder zurecht machen. Das ist aus. Also muss ich es invertieren, damit es beim nächsten wieder an ist. Und das ist eh schon an. Also kann ich das hier mit Repeat dann einfach... Weiterführen. Und wieder ein Endgate machen. So. Das hier ist die 0. Das sind hier 0, 1, 2 und 3. Und egal welches wir hier anschalten. Von hier aus die 2. Dann ist hier 0. Nein, nein, nein. 3, 2. So. Die 2 ist an. Ähm... Bei der 0 ist das da hinten. Bei der 1 ist das zweite. Bei der 2 ist das dritte. Und bei der 3 ist das vierte an. Und so habe ich das mit 3 Bits gemacht. Übrigens, wenn man die hier alle ausschaltet. Dann sieht man hier übrigens... Wenn man es richtig gemacht hat, sieht man hier die Zahlen. Das ist 0. Wenn man hier jetzt die Fackeln anschaut. Dann ist hier das 0, 0. Das ist 1, 0. Also... Sorry, da ist mir gerade Minecraft abgeschmiert. Und es hat nichts gespeichert. Ähm... Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo genau ich war. Ich setze einfach mal voraus, dass das jetzt jeder verstanden hat. Ähm... Ja, die Endgates überprüfen einfach jede einzelne Möglichkeit, wie die... äh... wie die Signale sein können. Und je nachdem bringt es halt dann in einen Ausgang. Ähm... Und drunter das Ding, was die Segmente an der Tafel schaltet, nennt sich übrigens Kopplungsmatrix. Moment, ich muss hier gerade... Okay, ist wieder fließvoll. Ähm... Nennt sich Kopplungsmatrix. Das funktioniert so. Ich mache das mal ein bisschen vereinfacht. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4 Eingänge, mache ich mal. 1, 2, 3, 4. Und... Ähm... Ich mache mal... 3... Ja, doch. Nein, 2 Ausgänge. So. Das ist jetzt, ähm... Das, was man hier in Orange sieht. Die untere Ebene. Äh, ich wollte nur 2 Ausgänge. So. Ähm... Man braucht hier einen Inverter. Und dann... Durch. Ich setze es mal kurz hier auf, damit ich es erklären kann. Äh... Das war Blödsinn. Weil das alles alles nach hinten muss. Ach, ich bin mal so vorausdenkend. So, jetzt aber. Ja, passt schon. Ähm... Gut. Wenn ich jetzt bei dem hier will, dass... Beide Ausgänge an sind. Ach, ich mache hier noch. Red Sound drauf. Einen Moment. Ich brauche nicht so Warteschleifenmusik für solche Momente. Ähm... Genau. Ich will das... Beide angehen, wenn... Diese... Dieser Eingang hier an ist. Also, wenn ich hier eine Fackel hinsetze, dann sollen... Diese beiden angehen. Also... Setze ich... Hier jeweils eine Fackel hin. Und... Mach Repeater dazwischen, damit das Signal durch die Blöcke durchgeht. So. Also, wenn das hier an ist, wird es invertiert. Das ist aus. Und die beiden Fackeln gehen an. Und machen die beiden Signale hier an. So. Wenn ich hier den Strom wegnehme, dann sind sie beide aus. Ähm... Bei dem hier will ich jetzt, dass... Ähm... Nur das linke hier an ist. Also setze ich nur einen Block hier hin. Und die Fackel ist an. Und macht nur das linke hier an. Bei dem hier will ich, dass nur das hier angeht. Also setze ich einen Block und eine Fackel hier hin. Und bei dem hier will ich, dass gar nichts passiert. Also kann ich es einfach wegnehmen. Gut. Ähm... Je nachdem, welches von denen ich jetzt anmache, geht eins oder beide dieser, dieser Teil hier an. Wenn ich hier eins hinsetze, gehen beide an. Hier nur das linke. Und hier nur das rechte. Was mir das bringt ist, dass ich jetzt hier meine Anzeigetafel habe. Nur in etwas größer und mit sieben Segmenten statt nur zwei. Und je nachdem, wie viele und welche dieser Leitungen an sind, werden verschiedene Teile von der, von der Tafel, ähm... Hey, warum kann ich nicht fliegen? Ich will fliegen. So. Ähm... Ähm... Es werden verschiedene Teile dieser Tafel angezeigt. Das heißt, wenn die mittleren drei an sind, dann ist das hier an, das hier ist an und das hier ist an. Und so kann man die Tafel dann schalten, wie man will. Ähm... Was ich als nächstes machen will, ist den Addierer das letzte Mal, den etwas größ... Was ist das? Ähm... Den Addierer vom letzten Mal, den etwas größer hier auf diese rote Fläche bauen. Das wäre dann ein 3-Bit-Addierer und nicht nur ein 2-Bit-Addierer. Ähm... Das Ergebnis davon geht dann in diese vier Leitungen. Und die führen dann hier zu dem Dekodierer und das dann unten zur Kopplungsmatrix. Das dann zur Anzeige. Und wenn ich fertig mit der ganzen Sache bin, dann kann man später hier idealerweise, ähm... Zwei Zahlen eingeben. Und dann dauert es ein paar Sekunden. Und dann steht da vorne das Ergebnis. Irgendwas von 0 bis 15. Ähm... Ja, wenn ihr irgendwas oder alles überhaupt nicht verstanden habt, dann schreibt mir das doch bitte. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt es mir auch. Und wenn es euch nicht gefallen ist, dann gebt mir am besten trotzdem einen Daumen nach oben. Weil... Weil... Weil halt. Weil ihr es könnt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim eventuellen Nachbauen. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Bye.